Guten Tag Leute, hier spricht euer Peter Kim. So, Viertelfinale Hinspiel. Leider zu Hause, Leute. Das ist halt ein bisschen das Problem, Leute, dass wir zu Hause spielen, das Hinspiel. Es wäre besser gewesen, wenn man in Liverpool gespielt hätten, Leute. Aber wie sagt man, Leute, wenn man den Titel gewinnen will, muss man überall spielen, gewinnen. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Champions League Titel gewinnen will, die müssen. Ach, die müssen gewinnen, Leute. Werden hartes Spiel, Leute, gegen den zu gewinnen. Da müssen wir jetzt ernst sein. Gegen Liverpool müssen wir jetzt. Nicht so wie in den Spielen, in den Runden, wo man Gegentor, wo man uns Gegentor einhamsten haben. Ja, so wo man Gegentor haben, die sind halt jetzt, die sind halt verboten jetzt, Leute. Die sind halt jetzt verboten, die Gegentore. Einfach so wie die andere Spiele, die wir jetzt cut haben. Genau, wir müssen vorsichtig das spielen. Genau, weil wir zu Hause spielen lernen. Okay, es steht nicht schlecht, Leute. Wir haben einen guten, guten Lauf zur Zeit, Leute. Ja, das sind halt die Schwankungen, die waren halt kurz anfangen, das ist so. Weil das ist das Problem, was man jetzt aneinander sieht und zwar. Ja, dass man jetzt die Mannschaft hat jetzt kurz... Ja, da haben wir jetzt gut einige super top Spieler zur Zeit, die wir jetzt gut durchziehen können. Jetzt wird es halt ein bisschen die... Und jetzt hoffen wir heute ein gutes Spiel gegen Herr Trikot. Passt acht und in Levertul, wir jetzt ein hartes Spiel gegen Levertul, kennst du so... Kein Levertul, meine Leute. Levertul, ich haue den Levertul. Und Bayern, Leute, alles G-Mo van Dijk is... Okay, um... Okay, um... Oh, alle werden aber fast durchkommen, meine Leute. Und die Großspiele sind bei der Bamba. Toni Kroos spielt bei Liverpool, aber Musiala... Er hat zur Zeit einen Lauf, Leute. Er hat zur Zeit... Er ist zur Zeit top... In Topform, Leute, Musiala. Ist zur Zeit in Topform, Leute, Musiala. Wir machen, wir machen, nein. Ja, man muss gleich zur Zeit... In Topform, Leute. Zum Erem Musiala ist zur Zeit in Topform, Leute. In Riemann. Ja, das wird so gut. Wir machen, wir machen, wir machen, Leute, jetzt... Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Voilà. Das war's. Junge im Sunny kommt durch, boah, Alter sagt, ne, macht gleich Druck auf der Seite, Leute, die Mannschaft will heute wirklich alles geben, Leute, die will heute. Warte, Bayern, Kameras. Vielen Dank. Oh, ja, Moana, noch ein bisschen mehr Temp, wenn er noch mehr Schnelligkeit hilft. Oh, ja, das ist das Problem, was halt jetzt ist, Leute, das ging so. Die Miete war halt frei, Leute, die Miete war mega frei. Oh, ja, 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 ja. Ja, für beide Teams wissen natürlich, ja, für Liverpool ist es jetzt ein Vorteil. Für Liverpool ist es ein Vorteil. Ja, wir haben jetzt ein Auswärtstor gemacht. Das ist das Problem, was wir jetzt haben, Leute. Wir haben jetzt hier jetzt ein bisschen nach... Ah, ja. Das ist jetzt Bundesliga haben... Das ist jetzt das große Ding, in der Bundesliga dominieren. Wir waren halt beide, Sané und Kane sind halt... in dem Ding gewesen, vor uns und hin halt nicht. Ah, jetzt sind die drei Hände... Oh, Mann, jetzt wird's... Jetzt wird's schwierig, Leute. Aber jetzt wird's ein bisschen... Ah, der Kampf um den Strand mal dran zu bleiben. Jetzt ist halt das Ding, was machen wir jetzt in der Halbzeitpause? Was machen wir in der Halbzeitpause? Zwei, drei Tore... Was machen wir in der Halbzeitpause? Zwei, drei Tore... Ja, aber jetzt wird's... Ja, jetzt wird's Ding... ...und zwar rein... ...und... ...und wir... ...und wir haben... ... und wir haben noch eine Reise. So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, und dann leider ist es ein Meier. Junge, ja, der macht Druck, Leute. Amma, wir wollen live, amma, Mensch. Okay, die Defensive müssen wir noch ein bisschen besser machen müssen. Gehen rein, wir müssen, wir müssen die Stabilisierung noch in die Defensive reinkriegen. Junge, es wird aber hart schwierig, das irgendwie durchzukriegen. Wie machen wir die Zwei? Wie machen wir die Zwei? Wie machen wir die Zwei? Ja, meine Damen und Herren! Ah, Mann! Bundesliga und Gemini 5 Ah nein, da mussten wir es gehen Aber ich hätte noch laufen Oh Mann, ich hätte mit Sané noch laufen sollen Ich glaube, Sané zu laufen wäre vielleicht effektiver Ich trage mich Ich trage mich Ich trage mich Ich trage mich Es ist eine neue Form Ich trage mich Wiesnach Champions League ist die Schwierigkeitsgrad noch zu hohe. Lass man wahrscheinlich doch noch warten, bis Ende der Saison warten. Allervier auswärts Tor. Voll krass. Das Rückspiel wird jetzt hart. Das Rückspiel von Bayern wird richten. 5G auswärts Tor haben wir auf. 5G auswärts Tor. 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 dann diese Saison 8 Uhr wieder nur um einen Titel pendeln. Wir werden nur um den DFB-Pokali pendeln werden. Wir werden nur um den DFB-Pokali in der FlB-Pokali auf der FlB-Pokali. Wir werden nur um den DFB-Pokali. Wir werden nur ein fünsterer Anstieg. Wir werden auch den DFB-Pokali auf der FlB-Pokali. Und jetzt haben wir noch einen DFB-Pokali. Wir werden nur ein DFB-Pokali. Oh Jo, was für ein Departus! Was für ein Departus! Es sieht sehr wahrscheinlich, dass man im Viertelfinale die Liverpool aussieht. Boah, Liverpool hat uns zerstört, Leute, heute. Liverpool hat uns so zerstört, Leute. Ach, Schade. Und im Rückspiel wird's... Ob wir's ins Rückspiel schaffen, werden wir sehen, Leute. Wir müssen mal gucken. Boah, wasch die wasch! Genau, im Rückspiel hatten wir noch nicht großen, Leute. Schoß hätten wir noch im Rückspiel, Leute. Ach, da hat man... Schocken! Schocken! Aller Mann, ist das bitter, Leute. Heute... Ja. Aber wie gesagt, die Bundesliga haben wir's jetzt hinbekommen. Champions League, wie sie sagen, ist nicht unser Mann. Ja, Liverpool war heute einfach besser. Liverpool war das bessere Titel. Wahrscheinlich werden sie auch im Finale den Titel gewinnen. Ja. Wenn's nicht so... Werden die wahrscheinlich... Um die meisten, ne? Den Titel gewinnen wahrscheinlich, ja? Ja, wird aber... So, Leute. Und ich würde sagen, gegen Freiburg spielen wir erst beim nächsten Mann, Leute. Ja? Okay. Zwei Millionen für Neumann. Hm... Für 18. Neumann. Mach mal du mal delegieren noch ein bisschen. Ein bisschen. Mach mal auf 4 Millionen. Neumann. 4 Millionen. Neumann. 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 Ich würde sagen gegen Freiburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und peachy bis te Еn.